Das Lyonnais ist eine historische Provinz Frankreichs, die heute im Departement Rhone liegt und teilweise zur Metropole Lyon gehört. Geschichte Das Lyonnais selbst war in drei Provinzen aufgeteilt. Das Plat Pest de Lyonnais entspricht der heutigen Landschaftsbezeichnung Monsto Lyonnais. Das Adjektiv Plat bezeichnet dabei nicht das Relief dieser Mittelgebirgslandschaft, sondern die Tatsache, dass diese Provinz nicht als privilegiert angesehen wurde und steuerlich der Taille unterworfen war, die Stadt Lyonnais, die der Taille nicht unterlag. Das Front Lyonnais, eine kleine, steuerfreie Provinz im Norden von Lyonnais am Ufer der Sun. Punkt Zwei weitere Provinzen des Lyonnais bildeten den Regierungsbezirk Lyonnais bei Aujolaisch-Foris. Zwischen 1754 und 1756 wurde die Provinz von einem Insektheim gesucht, das über 30 Tode forderte, es erhielt den Namen Biest vom Lyonnais. Geografie Die bestimmenden Berge in den Monsto Lyonnais sind der Gratmalerbe mit 946 Meter und die Höhe von St. André mit 934 Meter. Hinzu kommen noch einige Hügel oberhalb der Gemeinden Larajasse und St. Martin-on-Haut. Galerie Galerie Die bestimmenden Berge in die Höhe von St. Martin-on-Haut. Galerie